Moin Leute, schön, dass ihr da seid! Heute wieder mal ein Video! Da haben wir heute ein bisschen Arc Extinction! Genau! Was ist geschehen? Ich habe der Rest eine zweite Schnee-Eule gesehen. Das war ein Snow-Owl. Und glücklicherweise sind es zwei Geschlechter und jetzt kann mich getüchten. Ich habe ein Seminer für Paralty-Biden in der Falle hier. Bis zum nächsten Mal. 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 Okay. Bis zum nächsten Mal. Genau, das hatte ich gehofft. Und wir haben erreicht. Leute, wie genial. Bis zum nächsten Mal. 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 Ich hab mich gefressen, was ist noch wo da? Oh! Was, Beil? Ach, denk ja! Cool! Oh, sie sehen schön aus! Ähm, wie cool! Exklingt schon schon eine gute Map? Nur mal ein bisschen kleinen Filmen, Freund! Ich denke, du kannst auftauchen, um das zu tun, Alter! Oh! Okay! Das kann machen, gut! Haben die ... 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